Viele der körperlichen Probleme des Lebens werden durch eine schlechte Durchblutung verursacht, insbesondere im Mikrozirkulationssystem. Vor kurzem wurde weltweit eine bahnbrechende Technologie namens Terahertz-Technologie eingeführt. Die Terahertz-Therapie kann sich positiv auf alle wichtigen Körpersysteme auswirken. Was ist Terahertz-Therapie? Terahertz ist ein elektromagnetisches Wellenband zwischen Mikrowellen und Infrarotfrequenzen, das aus einer Frequenz von 30 Mikrometer bis 3000 Mikrometer besteht. Das Gerät schwingt mit der gleichen Frequenz wie normale Zellen in unserem Körper, die 2 Terahertz bis 17 Terahertz beträgt, und erzeugt Millionen von Vibrationen pro Sekunde in unseren Zellen in unserem Körper. Es gilt als absolut sicher für den Körper und ist nicht ionisierend. Terahertz-Technologien wurden in den letzten 10 Jahren in vielen Bereichen wie Bildgebung, Produktinspektion, Sicherheit, Spektroskopie, Krebserkennung und anderen eingeführt. Diese Technologie wird sich in Zukunft durchsetzen. Wir stehen an der Schwelle zu den Einsatzmöglichkeiten. Das erste Terahertz-Wellen-S-Gerät wurde erstmals 2014 zu einem Preis von Hunderttausenden von Dollar erfunden und jetzt, die aktuelle vierte Version ist für alle erschwinglich. Im Mai 2015 wurde DeSheng Technology, der zukünftige Hersteller des Geräts, gegründet. Diese Wellness-Geräte verfügen über eine 3-in-1-Kerntechnologie, Terahertz, Quanten- und optische Quarztechnologien. Das iTerra-Care-Gerät kann bis zu 30 Zentimeter in unser Fleisch eindringen und erreicht so sogar das Knochenmark, Mikroblutgefäße und Kapillaren. Es verbessert die Mikrodurchblutung weiter und hilft, Wassereinlagerungen in unserem Körper zu beseitigen. iTerra-Care stärkt gesunde Zellen und repariert gleichzeitig beschädigte Zellen, wobei ungesunde Zellen ausgestoßen werden. Es befreit verstopfte Passagen und Gefäße. Es entgiftet auch alle Zellen im Körper. iTerra-Care reguliert die Körpertemperatur und verbessert das Immunsystem, indem es die schwachen und inaktiven Zellen aktiviert. Sobald die schwachen Zellen aktiviert sind, entfalten die Zellen zusammen mit der verbesserten Durchblutung unseres Körpersystems ihr wahres Potenzial. Es wird ungesunde Zellen beseitigen. Die iTerra-Care-Frequenz Energie ist auf dem gleichen Niveau wie unsere normalen Zellen in unserem Körper. Die Energie wird alle abnormalen oder mutierten Zellen eliminieren, wenn sie von der Terahertz-Frequenz absorbiert wird. Es aktiviert innerte Zellen. Die iTerra-Care-Frequenz absorbiert und aktiviert Zellen mit moderater Temperatur, wodurch ruhende Zellen beseitigt und die Selbstheilung erhöht werden. Die iTerra-Care-Frequenz hat die gleiche Resonanzebene wie unsere normalen Zellen in unserem Körper. Es induziert und stärkt DNS und organische Moleküle, wodurch es die Selbstreparatur unserer Körperzellen fördert. Es reinigt die Meridiane und die Lymphe. Die iTerra-Care-Frequenz entsperrt die Meridiane in unserem Körper. Es stimuliert Akupunkturpunkte, reinigt das Blut und reguliert den Blutfluss in unseren Gefäßen und erhöht die Stoffwechselrate in unserem Körper. Wenn die Stoffwechselrate erhöht wird, funktioniert unser Körper 20 bis 30 Jahre jünger. Es verbessert die Mikrozirkulation und erweitert die Blutgefäße. Es reduziert auch den Blutflusswiderstand und die Viskosität. Es verbessert die Mikrozirkulation vollständig, was sehr wichtig ist, da sich unsere allgemeine Gesundheit enorm verbessern wird, sobald unser Blutfluss reguliert ist. Das Gerät hilft bei der Regulierung der Drüsen. Es kann helfen, die endokrinen Drüsen zu regulieren und unsere Organe zu schützen. Das endokrine System spielt eine wichtige Rolle in unserem gesamten Körpersystem. Die endokrinen Drüsen senden Hormone in unser Blutsystem aus, um unser Körpersystem auszugleichen. Die iTerra-Care kann helfen und ungesunde Wassereinlagerungen beseitigen. Unser Körper besteht zu 70% aus Wasser und wenn die Feuchtigkeit zunimmt, haben wir Schmerzen und Schwellungen in unseren Füßen, was als Wassereinlagerungen bezeichnet wird. Durch das Entfernen des zusätzlichen Wassers kann iTerra-Care unser Immunsystem ausgleichen. Das iTerra-Care-Gerät ist von der renommierten Chinesischen Akademie für Wissenschaft und Technologie und Sinochem zertifiziert und patentiert. Dieses Gerät kann ohne Kontraindikation sicher bei jeder Person, einschließlich Säuglingen, verwendet werden. Es ist benutzerfreundlich, es ist einfach zu bedienen und es sind keine Fachkenntnisse erforderlich, da jeder dieses iTerra-Care-Gerät bedienen kann. Pusten Sie einfach auf die betroffenen Stellen. Wie bereits erwähnt, besteht der Hauptzweck des Geräts darin, den Lymphfluss im Körper zu stimulieren und die Mikrozirkulation, insbesondere in den Kapillaren, zu erhöhen. Dies unterstützt den Körper bei allen wichtigen Körpersystemen. Das iTerra-Care Terraherz-Gerät ist wirklich ein einzigartiges Gerät und Menschen haben phänomenale Ergebnisse erlebt. Wir laden Sie ein, Ihre eigenen Ergebnisse zu erleben. Vielen Dank fürs Zuschauen! Bis zum nächsten Mal!